Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 21. Wir haben heute drei Gegner auf dem Spielplan, die unterschiedlich ja nicht sein können, ehrlich gesagt. Ascoli ist halt ganz unten momentan zwei Punkte geholt aus den sieben Spieltagen, die wir bisher hatten. Dann haben wir Brescia, die sind momentan auf sieben, die schätze ich sogar noch stärker ein. Und ja, ich glaube, die werden dann auch irgendwann mal ganz weit nach oben kommen. Dann haben wir Genua, die sind momentan auf zwei. Nein, das ist also der stärkste Gegner, den wir momentan haben können. Es gibt aber schon was anderes, bevor wir jetzt hier zum Spieltag kommen, denn wir sind auch ein bisschen weiter davon entfernt. Und zwar Palermo hat mal Hallo gesagt und zwar bieten die mir einen neuen Vertrag an. Ich hatte das noch gar nicht so wirklich auf meiner Agenda. Ich war mir so ein bisschen bewusst, dass irgendwann der Vertrag ausläuft, logischerweise. Aber ja, war dann im nächsten Sommer. Ja, von daher ist es schön, dass die so früh anfangen und mir einen Drei-Jahres-Vertrag bieten. Ich würde sagen, wir müssen noch nicht großartig was sagen. Wir nehmen es einfach an und freuen uns dann, dass es weitergeht, dass die unsere Arbeit anscheinend auch gut finden. Und hoffen natürlich dann auch, dass es dann irgendwann auch finanziell ein bisschen bergauf geht. Und weil, boah, das ist schon echt sehr, sehr wenig, was wir immer im Transferbudget bekommen. Nächstes Jahr aktuell sind auch nur 26.870 Euro eingeplant. Das ist halt nichts. Davon kann ich halt vielleicht einen Spieler holen. Ablösefrei auch nur. Irgendwo muss da ein Verkauf dann her, leider. Ja, ich meine, wir haben ein paar Spieler, die wir wohl verkaufen können. Mancini wäre natürlich momentan für andere Feinde der interessanteste. Für mich nicht natürlich das Schönste. Nachdem er jetzt gerade im letzten Spiel zum jüngsten Palermo-Spieler aller Zeiten geworden ist, muss das nicht unbedingt sein, dass wir unser großes Talent gleich wieder abgehen müssen. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, ne? Letztes Jahr das gleiche gehabt. Da habe ich einen Innenverteidiger früh in der Karriere bekommen, den ich dann für 10 Millionen oder so zu Dortmund verkauft habe. Und daraus konnte ich dann alles aufbauen. Und es ging dann halt viel, viel schneller, als es sonst halt gegangen wäre. Mal schauen, ob wir dieses Glück auch hier haben. Wenn ja, müssen wir es natürlich ergreifen. Dann können wir auch noch nicht sagen, ja, ist ein großes Talent. Wir wollen Talente entwickeln, aber irgendwo müssen wir halt auch überleben. und wollen nach vorne kommen. Und dann verkaufe ich lieber ein Talent für 10 Millionen Euro. Und bauen wir dann einen richtig guten Kader auf. Auch mit vielen guten Talenten, als wenn ich dann halt dieses eine Talent habe und daran festhalte. Bis dann wahrscheinlich der Vorstand eh irgendwann sagt, wir verkaufen den jetzt. So, wir hatten Tito und Elvedi im Team of the Week. Ich weiß gar nicht, wollen wir eigentlich was ändern für das nächste Spiel. Wir haben 2-1 gegen Frosinone gewonnen. Ein knappes Spielchen. Pichitella-Colombo waren nicht so gut. Und Lobato, Bro, Carmen, Rhein. Mal gucken. Gerade so, was die Fitness anbelangt, gleich gegen Ascoli. Gegen den letzten ist ja auch immer so eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen sollte. Weil der letzte ist immer fies irgendwie. Habt ihr immer so ein bisschen größere... Also ganz ehrlich, ich habe größere Sorgen gegen Ascoli als gegen Genua. Weil gegen Genua denke ich mir, ja... Irgendwas wird da schon passieren. Aber hier können wir uns eigentlich nur blamieren. Wow, eine 1+, holy shit, hatte ich auch noch nie. Hatte ich wirklich noch nie. Wow, eine 1+, bei der Leistungsbeurteilung. Yo. Almichika noch nicht, Lobato und Colombo können. Gegner wird wohl im 4-3-3 spielen. So, Almichika noch nicht, haben wir gerade gesehen. Boah, ja, hm, schwierig. Ich werde mal Piscitella rausnehmen und Brass reinbringen. Und ich glaube, den Rest lasse ich so. Gerade auch fürs Einspielen. Nur Piscitella hatte jetzt echt ein paar Spiele in Folge, die nicht gut waren. Und dann wollen wir was anderes machen. So, Jungs, auf geht's. Es ist der Tabellenletzte, ne? Komm, blamiert euch bitte nicht. Ach, ey, immer diese Tabellenletzten. Auf geht's. Wir haben nun beim Gegner unter anderem Lukas Spendelhofer. Bruno Zuccolini, der mal bei City war. Abdelhamid Sabiri, Ex-Nürnberg und Christian Capone. Und das ist eine wunderschöne Position. Ach, so scheiße, vor allem für Sabiri, der das kann. Und mein, ah, Gott sei Dank. Haben wir ein Glück, ey. Jungs, das kann ich euer Ernst sein, so eine Freischussposition zu provozieren. Das war sehr knapp mit dem Abseits. Ei, ei, ei. Sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Das gefällt mir überhaupt nicht, ne? 4 zu 0 Schüsse für Ascoli. Ballbesitz ist auch ausgeglichen. Passgenauigkeit ist solide bei Ascoli. Das sieht sehr schlecht aus. Oh, da ist sehr viel Platz. Generell hat Ascoli extrem viel Platz und macht natürlich auch das Tor. Scheiße. Ja, das ist das typische Spiel gegen den Tabellenletzten. Wir kriegen nichts auf die Kette, weil wir einen Arroganzanfall haben. Und das als Aufsteiger. Unfassbar. 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 Das geht gar nicht. Sie haben nicht eine Offensivszene von uns gesehen. Ey, Jungs, was soll die Scheiße? Ey, Tito nervös. Paras nervös. Was ist denn falsch mit euch? Meine Güte, ey. Ne, wir müssen auch umstellen. Das geht hier überhaupt nicht. Also Pichitella kommt wieder rein. Wird Flügelspieler auf Angreifen. Biaschi ebenso. Dann bringen wir Buenakasa rein für Akoto. Geht auf den Stoßstürmer. Und Tito und Doda gehen auf Unterstützen und statt auf Angreifen. Dann gehen wir selbst auf Offensiv. Spielen sehr viel breiter. Flanken früh schlagen. Hinterlaufen und ein paar Spiele etwas kürzer. Meine Güte, ey. Ich hasse diese Spiele gegen den Tabellenletzten, ne? Ja, meine Güte, ey. Dass die immer alles an Skills verlieren gegen die da unten. Ich verstehe das einfach nicht. Warum meine Mannschaft immer so ist. Oder warum das im FM so ist. Ich habe noch nie ein probates Mittel dagegen gefunden. Wie man das irgendwie besser macht. Die spielen uns halt hin und her, ne? Mit ihren zwei süßen Punkten. Unfassbar, ey. Vollidioten. Ich gehe mal noch ein Stückchen breiter. Ja, auch sehr offensiv. Aus der Szene wird, denke ich mal, nichts für uns passieren. Wir haben weiterhin keine Offensivszene, ne? Kann man besser lösen. Sabiri, oh, jetzt ist die Mitte komplett frei. Das kann nicht euer Ernst sein, Jungs. Ey. Komplett hirnlos heute. Vielleicht jetzt, ach, wird er eh nichts, oder? Ja, Colomo bleibt auch stehen. Pichitella verliert den Ball und, ja. Was soll man dazu noch sagen? Das war unsere beste Offensivszene, Leute. Was, Coli hat halt zwölf Schüsse, Schüsse, wüsste ich. Ey. Ja. Jetzt geh halt hin, meine Güte, LWD. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich glaube, ich muss kotzen. Ich glaube, ich muss so kotzen. Warum denn, Alter? Ich habe, ja klar, offensiv, sehr offensiv drin, von mir aus. Direkteres Passspiel von mir aus. Aber, wann habe ich euch jemals gesagt, schlag lange Bälle in die Mitte? Nie halt. Buona Casa, ach, macht ihn rein. Ich bleibe so, weil im Prinzip, wir werden zu 1000% noch ein Gegentor kassieren. Das Einzige, womit wir es verhindern könnten, wäre mit einem Doppelschlag oder so. Oh, Leute, ich muss gerade echt kotzen, ne? Also, die Mannschaft ist heute schrecklich drauf gegen das Coli. Aber es ist halt typisch, ne? Es ist typisch der Tabellnetz da. Ja, zu weit weg. Nicht energisch genug. Tito passt auch nicht auf. Wir können vom Glück sagen, dass Paroni heute einen soliden Tag hat. Bisher zumindest. Wir müssen die Woche, ja gut, wir haben keine Woche leider. Ich wollte gerade sagen, in die Woche viel Defensive trainieren. Aber leider sind es so drei Tage und die können wir nicht großartig zum Training nutzen. Nein, einfach nur nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, ey. Es läuft halt alles schief, ne? Sie machen alles falsch. Alles, was wir gerade in dieser Szene gesehen haben, ist komplett falsch. Wie kann das passieren, Leute? Wie könnt ihr die komplette Taktik vergessen haben? Gehen wir das nochmal durch. Bevor ihr euch fragt, was ich jetzt gerade meine. Also, erstmal. Wir gehen nach hinten, das ist okay. Jetzt dieses Pressing hier. Verstehe ich nicht so wirklich von Marconi, dass er jetzt hier die Lücke zumacht, weil wenn der Partner, ich meine, der passt, der kommt, ne? Marconi zieht jetzt zu Elvedi, warum auch immer. Und würde damit halt für den Doppelpass, den Elvedi dann leider spielt, den Weg freimachen für D'Alessandro. Dass Elvedi hier die Grätsche macht, verstehe ich halt überhaupt nicht. Das ist nicht in der Taktik drin, dass die allzu viel grätschen sollen oder so. Gut, das kann man mit schlechtem Beurteilungsvermögen ausmachen, von mir aus. So, D'Alessandro bekommt den Ball mit Glück zurück. Ist natürlich jetzt weit von Marconi entfernt, der warum auch immer auf einmal auf die 21 gegangen ist, anstatt auf den Ballführenden. Abgeblockter Schuss, ja, ist glücklich. Tito muss jetzt hier deutlich, deutlich energischer pressen. Und wir spielen ja hohes Pressing. Dann kommt die Flanke, die hätte verhindert werden können durch Tito. Und Capone wird einfach in Ruhe gelassen, warum auch immer. Da war wieder alles falsch im Defensivverbund. Tito, langer, langer Einwurf. Petrucci kriegt ihn nicht. Ranocchia muss ihn kriegen, muss um auch Tito spielen. Hat ein bisschen lang gezögert. Jetzt ist alles weg. Das war schrecklich dämlich. Heilige Scheiße, zum Glück ist der so arrogant. Ranocchia muss sofort auf Tito spielen und dann haben wir höchstwahrscheinlich das 2 zu 1. Aber nein, er zögert und spielt einen hohen Ball in die Mitte für den Konten des Gegners. Schreckliches Spiel. Das war, das war überhaupt nichts. Ne, nicht nervös sein. Ne, es war einfach nur schrecklich schlecht von euch. Das war das schlechteste Spiel. Ich hoffe, das war es dann auch mit dem schlechtesten Spiel. Die haben sich ja überhaupt nicht an die Taktik gehalten. Warum halt, Jungs? Die ersten Spiele lief das so gut. Und jetzt habt ihr einfach ne Taktik von irgendjemandem gespielt, aber nicht von mir. Unfassbar, ey. Das regt mich immer so oft und das passiert halt so oft gegen die Tabellennetzten, dass die einfach aufhören, also unsere Spieler dann aufhören Fußball zu spielen. Ja, Brass war auch schlecht. Generell waren extrem viele schlecht. Ganz ehrlich, ich glaube der Einzige, der okay war, war, war Brass. Ja, es ist einfach so frustrierend. Du denkst dir halt die Taktik aus, du siehst halt, was sie spielen können, auch gegen richtig starke Gegner, Frosinone beispielsweise. Es läuft echt gut in der Liga. Und dann kommt der Tabellennetzte, ne, der halt komplett unterlegen sein sollte, aufgrund der Tatsache, dass er bisher halt super schlecht gespielt hat. Und eine Mannschaft hört einfach komplett auf, Fußball zu spielen und macht eigentlich die gegenteiligen Sachen der Taktik. Ich meine, mal ein langer Ball ist ja okay, dann sollte der aber auch halt überlegt gespielt sein und nicht einfach blind nach vorne in die Mitte gekloppt werden. Das ist ja nicht das einzige Problem, was ich gerade mit der Mannschaft hatte. Das war halt schon echt frustrierend, gerade schon wieder. Ich hoffe, das läuft jetzt gegen Brescia besser. Die, ach du Scheiße, Elite Charme. Hä? Ach nee, sorry. Nee, sorry, sorry, sorry. Ich bild mir hier schon wieder Headlines ein, die so gar nicht existieren. Elite spielt logischerweise immer noch bei Atalanta und ist natürlich ein Ex-Spieler von uns, weshalb er über uns redet. Ach, meine Güte. Ich bin noch so weg im Kopf von dem Spiel gerade. Ich verstehe das halt einfach nie, ne? Das habe ich aber halt immer noch regelmäßig, wenn ich halt, ähm... Wenn ich halt auch Mannschaften habe, die schon seit Jahren so zusammenspielen und schon viel gewonnen haben, ne? Dann hören die einfach mal auf, gegen den Tabellenletzten Fußball zu spielen. Was dann halt auch überhaupt nicht, äh... Ist echt schwierig. Weil du halt überhaupt nicht weißt, was die Jungs, äh... Bitte in ihrem Kopf haben, weil... Viel ist es nicht. Ah, mal schauen. Wir spielen übrigens gegen Ernesto Torre Grossa und gegen Antonio Donnarumma und Lugo Giannis und Lorenzo... Ne, Lorenzo sag ich schon. Roberto Insignia. Martin Palumbo auch. Das ist eine saustarke Elf. Das könnte extrem schwierig für uns werden. Aieti ist noch auf der Bank. Capradossi ist auf der Bank. Roberto Ceri. Naja. Eckball Nummer 1 für Brescher und die Latte hilft uns erst mal da noch rum. Man kommt zum Glück nicht ran. Wunder Kasa probiert es gegen Insignia, kommt aber nicht ran. Schade. Akkuton nicht perfekt, leider. Bad ist noch heiß für Brescher. Oben ist Platz. Ah, da muss man ran gehen. Ach, du Schande. Bekommt ihr mal bitte hören, Jungs. Das kann doch nicht mal ernst sein. Dass ihr die Gegner einfach mal so laufen lasst. Der Kopfball von Akkutos haben wir lange nicht von ihm gesehen. War richtig schlecht. Lücke aufgelassen und dann Elwedi. Ist nicht Elwedi, oder? Nee, ist Akkuton. Zu spät reagiert. Denkt sich, ja, die anderen werden das schon machen. Aber nein. Du musst das machen. Ei, 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 ei. 0-1, natürlich der erste Torschuss. Wie sollte es auch anders sein? Ah, gut. Immer gefährlich, ne, mit dummen Spielern Standards in der eigenen Hälfte zu haben. Oben wäre gut. Genau, so. Biaschi müsste mal loslaufen. Ja, macht irgendwas anderes. Jedenfalls nicht das, was ich möchte. Doda. Auf Biaschi. Schön auf Petrucci. Und dann muss Fischitella da noch rangehen. Dadurch ist es abseits. Ich hoffe für ihn. Wir sehen es nicht. Ich hoffe für ihn, der wäre auch daneben gegangen, wenn er nicht rangegangen wäre. Sah knapp aus. Ich hoffe es einfach für ihn. Ansonsten würde er halt irgendwo erst mal weggesperrt werden. Ah, das ist leider nichts bisher. Pressure pusht. Mit dem krassen Kader, kein Wunder. Ah, Szene direkt nach dem Anstoß. Ah. Ist auch nicht so das, was man gerne sehen möchte. Vor allem sowas. Oh, Gott sei Dank. Boah, Petrucci ist auch nicht mehr so fit. Der wird wohl gleich ausgewechselt werden. Bro wäre eine Idee. Lobato natürlich auch. Tendenz geht eher zu Lobato. Gut gemacht von Lobato. Der lange Ball nach vorne ist jetzt leider nicht das Beste. Biaschi kriegt ihn. Anspielmöglichkeiten sind sehr rar. Und deswegen haut der Ball natürlich auch direkt in Palumbo rein. Besserer Kopfball jetzt von Akuto. Doda ist in der Mitte, warum auch immer. Oben ist viel Platz für Tito. Er schießt und macht das Tor. Wow. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Ich wollte schon anfangen zu haten von wegen, warum schießt du und legst dich einfach ab. Aber gut. Doda auch den anderen Außenverteidiger und schon macht er ein Tor. Starker Schuss aber. Rannock ja auch nicht mehr so fit. Den müssen wir aber wohl durchspielen lassen. Bonacasa, 6, 7. Aber keine Szene von ihm gesehen. Ebenso von Pichitella. Biaschi hat bisher nur Mist gemacht. Deshalb werde ich ihn mal auswechseln. Ist ja auch ein bisschen immer schwieriger. Jetzt hier in der Phase, wo wir nur entscheidende Highlights zu sehen bekommen. Um mal zu beurteilen, wie die Spieler nun wirklich so sind. Weil die Noten sind ja auch nicht alles. Und ich muss mich halt hier logischerweise ein bisschen mehr auf die Noten verlassen. So, Broninho auf Doda. Ja, könnte eigentlich hier spielen. Macht das nicht. Schöner Ball auf Pichitella und der macht ihn rein. Okay, alles gut gemacht, Doda. Alles gut gemacht. Aber wäre das jetzt kein Tor gewesen, dann wäre das nicht so gut gemacht gewesen. Aber ganz ehrlich, ne? Kollege Lobato läuft hier so gut los. Und der Passweg ist so perfekt. Aber Doda rejected ihn einfach. Zum Glück löst sich Pichitella sehr schön von Benotti. Und macht ihn dann rein. Standard gegen uns. Erstmal geklärt. Boninho. Contarchance. Muss ich pushen. Unten ist Platz. Mitte ist Platz. Boninho läuft und läuft. Passt ihn auf die Außen. Tito mit der Flanke. Und Lobato. 3-1. Komplett andere Mannschaft als eben. Deshalb war ich eben auch so gefrustet. Jetzt sehen wir halt, wie gut die Mannschaft sein kann. Und eben war das halt absolut gar nichts. Das war wirklich eine andere Mannschaft eben gegen Ascoli. Und jetzt haben wir wieder die richtige Mannschaft. Und sehr schön. Guter Kaufball von Lobato, der sein erstes Tor für uns macht. Schon wieder eine Szene direkt nach Wandstoß. Muss nicht sein. Schade. Hätten wir vielleicht rangehen können. Aber Risky. Muss natürlich auch aufpassen, wenn du zu viel presst, dass du dann die Lücken woanders auflässt. Vor allem in einem Pressing, was halt vielleicht nicht so erfolgsversprechend ist. Oh, Tori Grosser. Oh, zum Glück daneben. Die werden nochmal eine Schlussoffensive starten jetzt. Tori Grosser nochmal zurück auf Donnarumma. Jungs, passt auf diese Doppelpässe auf. Und Paroni. Oh, joi, joi. Ich ziehe mal Beine bei den Außenverteidigen nach hinten. Die Rolle bleibt gleich. Nur, dass die ein bisschen defensiver sind. Pichitella auf Buonacasa. Können laufen. Müsste jetzt passen vielleicht. Aber macht das nicht. Vergisst es zu passen. Und Lico Giannis kriegt dann den Ball. Letzter Wechsel bei uns ist Erante, der reinkommt für Buonacasa. Pfe 2 jetzt bei Brescia. Fünf Minuten noch. Ist noch alles drin, leider. Aber es sieht gut für uns aus. Vier Minuten oben drauf. Nochmal ein Eckball für uns. Tito, Reina. Jungs, hallo? Also Pichitella hätte er ruhig mal ein bisschen energischer hingehen können. Schön aufgepasst von Makoni. Bisschen riskant der Ball von Tito, aber ist ja angekommen. Erante. Lässt sich nicht wirklich stören. Und auch nicht dazu verleiten, den Ball mal abzuspielen. Und dann kommt so ein cooler Ball. Aber bringt Zeit. Und bringt uns den Sieg. Sehr schön. Boah. Wo war diese Mannschaft halt eben gegen Ascoli, Jungs? Ihr könnt's doch. Sehr schön, Jungs. Vor allem auch nach dem Rückstand gut wieder zurückgekommen. Keinen Mist gemacht. Es geht doch. Warum halt nicht gegen Ascoli, ne? Aber gut, so ist es halt. Elf Tage bis zum nächsten Spiel. Puh. Da würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut, ne? Weil es passiert ja nicht wirklich viel. Ich werde nur scouten. Verträge werden wir nicht verlängern oder so. Welche Verträge laufen eigentlich aus? Oh, wieder einige. Oh ja. Deutlich sogar. Oh, scheiße, ey. Also insgesamt haben wir in der ersten Mannschaft zehn Verträge, die er auslohnt. Petrucci würde ich sagen, werden wir wohl verlängern. Ist ein sehr wichtiger Spieler für mich. Pusht immer wieder. Und ich glaube, der ist noch ein Jahr gut. Und Makoni eher nicht. Peroni werde ich wahrscheinlich mit ihm verlängern. Aufgrund seiner guten mentalen Werte. Pichitella eher nicht. Tito aktuell ja. Sommer eher nicht, gerade mit dem Gehalt. Bro schwierig. Kommt drauf an, was er verlangt. Aber Tendenz geht zu Nein, denke ich. Oder... Vielleicht... Kommt drauf an, was er verlangt. No, No, Nein. Und Akuto... Oh, schwierig. Kommt drauf an, wie er sich noch so präsentiert. Also, es ist erstmal kein akuter Handlungsbedarf. Vielleicht bei Tito. Aber ich weiß nicht. Sommer würde ich wahrscheinlich sogar im... Ja. Sommer würde ich dann wahrscheinlich sogar im Winter verkaufen. Wenn er weiterhin nicht so viele Einsätze bekommt. Und sich keine bei uns verletzt. Damit man vielleicht noch ein bisschen Geld abstauben kann. Wenn es geht. Please. Aber schwierig. Ich würde mal sagen, ich mache mal einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Spiel. Weil in den 10 Tagen wird nicht viel passieren. Und wenn doch, kann man ja einfach sofort wieder zurückschalten. Also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Es ist nichts, was hier der Akuto hat. Eine Wahnverhärtung. Aber dürfte spielen können. Jedenfalls hoffe ich, dass er komplett durchspielen kann. Aber sieht gut aus. Almici, 45 Minuten. Wird auch erstmal nur auf der Bank sein. Auf G3-3 ist es bei Geno. Und ich würde sagen, viel ändere ich nicht. Hab Roninho reingepackt für Biashi. Petrucci sonst. Ja, sonst nichts. Lobato war gut. Aber ich glaube, Petrucci ist besser. Tut mir leid. Weil er hat ja gut gespielt. Aber meine erste Wahl ist halt dann immer noch Petrucci. Aber wird so oder so schwierig. Erste gegen Zweiter Genoa ist Aufstiegsfavorit. Wir eher nicht. Aber wir haben auch schon starke Gegner besiegt. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir jetzt auch auf die Fresse, wer weiß. Bitte nicht. Bitte nicht. Auf geht's. 4-3-3, wie gesagt, beim Gegner. Die auch sofort mit Storaro die erste Chance haben. Melegoni mit dem Kopfball auf die Latte oder über das Tor. Geno hat auch noch Marco Brescianini. Der ist auch ganz gut. Stefanos Storaro. Filippo Melegoni. Das ist schon ein guter Kader. Vor allem in der Mitte. Schade. Krapikas nimmt da einfach mal den Kopfball von Akkutor aus der Luft. Was fällt dem denn ein? Oh, kurz. Wir haben genug Platz. Oh, Baroni, was machst du denn? Oh, mein Gott. Wie kann das kein Gegentor sein? Alter. Wie konnte das kein Gegentor sein? Okay. Das ist sehr glücklich. Das ist extrem glücklich. Geht gleich weiter. Wieder ein langer Ball nach vorne. Marconi dieses Mal mit dem Kopfball. Ranoc hier vielleicht ganz unten. Hat er gut gesehen, den Doda. Ah, kommt er da irgendwie durch? Nee. Auch kein Foul. Gut aufgepasst von Elvedi, der den Ball jetzt mal abspielen sollte. Weil er ist kein Rechtsaußen. Dann Petrucci auf Doda zurück. Nochmal zurück auf Petrucci. Schöne Flanke. Und dann Buona Casa. Leider, Papa. Ach, Mann. Diese Kopfball im FM, ne? Schade. Risky, der Ball von Ranocchia. Der war leider schlecht. Wieder mal so ein langer Ball in die Mitte. Der nicht dazu gehört. Der hat gut aufgepasst. Wieder so ein langer Ball in die Mitte. Jungs. Ach, und dann ist es immer noch nicht passiert. Peroni, dankeschön. Aber Leute, ihr könnt doch nicht diese hohen Bälle in die Mitte spielen. Warum denn? Es ist komplett okay, wenn ihr den wegschlagt. Aber doch nicht bitte in die Mitte. Boninho mit dem Eckball. Ball, Makoni versucht ranzukommen, aber wird geblockt. Ganz ruhig. Schön. Komm, Boninho. Links, rechts, vorbei. Oh, oh, es gibt Elfmeter. Ja, Buona Casa wird den ausführen. Einen hat er, glaube ich, gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Den nicht. Oh, fuck. Was ist... Ich habe gerade kurz weggeguckt, was ist gerade mit dem Ball passiert. Das sah nicht wirklich richtig aus. Von der Physik her. Erstmal Elfmeter, super schlecht. Aber auch gut gehalten. Genau so muss ich ein Fußball verhalten. Es ist richtig so. Oh, Mann, ey. Wie kann man den Elfmeter verschießen? Bei der Casa, bitte. Trotz verschossenen Elfmeter, aber nur eine 6,7. Das ist... Weiß ich nicht, ob das gut ist. Mich stört, dass er den Elfmeter verschossen hat. Logischerweise. 0 zu 0 zur Halbzeitpause. Und ehrlich gesagt, weiß keiner, warum, ne? Also, Genoa muss mindestens ein Tor machen, da wo sich Paroni so verschätzt hat. Und wir müssen mindestens eins machen. Wo Buona Casa vielleicht mal ein bisschen Elfmeter trainieren sollte. Ah, schwierig. Es kann alles passieren. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hinten nicht zu weit aufmachen, wenn wir so pressen. Akuto ist beim Gegner. Hat er gut gemacht. Hat ihn schön geblockt. Jetzt muss er aufpassen. Ja, wieder kurz ran, dann wieder zurück. Ah, jetzt wird es gefährlich. Paragini aufs Torado nochmal zurück. Elfmeter klärt. Buona Casa hat ein bisschen vorne gechillt, aber kriegt den Ball dann. Müsst jetzt hochspielen auf Dora. Vielleicht eine gute Flanke jetzt. Ah, Zeitpunkt verpasst. Flanke kommt jetzt. Oh, schade. Aber ja, da waren auch einfach zu viele Spieler hinten. Ich glaube, mit einer frühen Flanke wird das besser. Ich werde mal Nuno das Silber reinbringen. Für Pichitella. Neuer Impulse da vielleicht auf den Außen. Vielleicht ein bisschen die Frische als Faktor nehmen, dass es da mal eine gute Szene gibt. Ja, mal 2,3 XG. 1,6 bei Genua, aber kein Törchen. Akuto wieder gut aufgepasst. Es ist Tag und Nacht im Gegensatz zu dem, was er gegen Ascoli gemacht hat. Das war ein guter Ball. Tito. Ah, an der 16 vorbei. Das Silber. Tito flankt. Und Bruninho ist leider kein Kopfballspieler. So, Colombo oder Erante? Erante. Es gab halt insgesamt 30 Schüsse in diesem Spiel und keiner war drin. So, 5 Minuten noch auf der Uhr plus Nachspielzeit. Wir haben den Ball mit Makoni. Hm, Vorsicht, Jungs, bei sowas. Genua gerade ziemlich weit hinten. Vielleicht jetzt in den Rückraum. Petrucci! Jawoll! Genauso! Genauso! Das war halt endlich mal klug! Also gut, generell spielen wir nicht dumm bisher. Aber es war halt richtig klug, anstatt den Ball halt irgendwie blind vorne reinzuballern. Man sieht ja, ne? Man sieht komplett, wie Genua sich hier nach hinten zurückzieht. Da haben wir doch keine Chance, mit einer Flanke vor das Tor zu kommen. Mit hier einer Viererkette und hier einer Viererkette. Da haben wir null Chance. Jetzt sogar einer Fünferkette. 5-3 halt. Doda sieht das irgendwie zum Glück. Nimmt dann Bruninho mit, der dann zum Glück auch nicht flankt. Der Weg wäre halt frei, ne? Für eine Flanke. Aber die Frage ist, wie soll sich denn Erante gegen zwei, wenn nicht sogar drei Spieler durchsetzen? Die Flanke muss halt perfekt mit richtig viel Drall hier reinkommen. Das ist halt schwierig. Eventuell wäre es dumm, den so zu spielen, weil es halt die Chance auf ein Tor minimiert. Und so, wir haben mit Petrucci einen guten Distanzschützen. Hat Bruninho gesehen. Sehr gut gemacht. Schuss perfekt. Sehr nice. Genauso. Genauso. Und jetzt bitte nichts mehr zulassen. Ich spiele jetzt in 4-2-2-2. Drei Minuten Nachspielzeit. Letzter Wechsel wird bei mir... Ja, eigentlich will ich nicht. Super nice, Jungs. Super nice. Ist das schön. Richtig schön. Wir haben klug gespielt. Wir haben gut gespielt. Sehr schön, Jungs. Es ist ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt, aktuell schon wieder. Aber sehr nice. Aber ich frage mich wirklich, was dann halt gegen Ascoli los war. Das war komplett zwei andere Spiele. Aber gut. Sehr schön. Wir sind immer noch Tabellenerster nach 10 Spieltagen. Und das halt, weil das Momentum auf unserer Seite ist. Wir spielen natürlich richtig gut. Aber puh. nur über unsere Möglichkeiten. Dank dem Run, der einfach OP ist. Aber wollen wir darüber nicht jetzt meckern. Mal schauen. Citadella, Perugia und Benevento könnten fiese Gegner sein. Das sind so Gegner, die sind halt nicht perfekt krass. Wie beispielsweise Forosinono oder Genoa. Aber die können einem halt schon wehtun. Das ist dann halt die Frage, wie meine Mannschaft das annimmt. Wenn wir gegen Ascoli oder wenn wir wie gegen Ascoli spielen, werden wir auf jeden Fall verlieren. Wenn wir so spielen wie gegen Brecher oder Genoa, dann werden wir wohl drei Siege holen. Mal gucken. Also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Die gibt es am Mittwoch. Bis dahin. Tschö.